Heyo Leute was geht? Willkommen zu einem neuen Video Heute mal spontan schlecht Wetter gekriegt Da sieht man es, liegt Schnee, ist scheiße, ist scheißen kalt Mal schauen was wir heute so treiben Auf jeden Fall ist der erste Plan jetzt mal Frühstück zu besuchen Heyo Frühstück besorgt, ich habe gerade spontan beschlossen Ich habe gerade erst den Gedanken gehabt, zusammen mit dem Vlog morgen zu machen Aber mein Paket ist tatsächlich schon wenn dann gerade gekommen Und die haben das gut angenommen Schauen wir mal nachher nach Aber heute gibt es leckeres Ne, ein paar Brötchen So So Leute Paket geholt ist tatsächlich schon angekommen Nebenher jetzt sind Stream noch auch am Laufen Wir machen jetzt nämlich On Stream Und Kamera Auf dem Vlog Gleichzeitig haben wir das Paket auf und testen das ganze Ding Und da liegt das schicke Ding Auf der einen Seite ein relativ Standard Design Aber auch schon Na so Aber auch nicht wieder zu einfach gehalten Von Klim Gaming Headset Ähm So Slim Gaming Headset Ganze über USB statt über Klinke Finde ich in Ordnung Ich glaube an den kompletten 2.0 Anschlüsse sind alle belegt Aber auch wirklich alle So Ganz ausgepackt Ist in Ordnung Ich fand das andere bequemer vom Sitz her Das von Creative muss ich einfach so sagen Das saß bequemer Vom Sound her finde ich das eigentlich eine feine Sache Das Mikro teste ich gar nicht erst Und Dafür dass es Surround ist Könnte noch ein Tick Besserer sein Ähm Für heute mit dem ersten Test bin ich dann wirklich zufrieden Ich würd sagen Ich guck jetzt dass ich noch ein bisschen fürs Turnier trainier Was ich nicht aufnehmen kann Nicht streamen kann Weil das selber wieder von ESL gecastet wird Und 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 Well